Musik Sag, wo die Milliarden sind, wo sie geblieben Sag, wo die Milliarden sind, was ist geschehen Sag, wo die Milliarden sind, wie sie bracht sie fortgeschwind Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen Musik Sag, wo die Milliarden sind, wo sie geblieben Sag, wo die Milliarden sind, was ist geschehen Sag, wo die Milliarden sind, wie sie unterschuldig sind Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen Musik Sag, wo die IEMs sind, wo sind sie geblieben Sag, wo die IEMs sind, was ist geschehen Sag, wo die IEMs sind, in den Parlamenten drin Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen Der traurige Teil Sag, wo die Toten sind Da mancher war doch noch ein Kind Sag, wo die Toten sind Sag, wo die Toten sind Wann wird man je verstehen Wann wird man je verstehen Wann wird man je verstehen Sag, wer hat er schossen Die, die längst vergessen sind Sag, wer hat er schossen Was ist geschehen, sagt wer hat es schossen, das waren die, die es alt genossen, das, das müsst ihr jetzt verstehen, das müsst ihr jetzt verstehen. Wie sie wählen, ist Lämme wählen, Lämme wählen, ist Stasi wählen. Ich liebe doch alle. Dann gibt es ja noch was. Danach lassen wir noch die Hymne und nach der Hymne ist dann die Wahrsamlung beendet, wir können da die Technik schon mal abbauen. Und schon deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen. Dann gibt es ja noch was. Jedes Jahr sterben mehr Deutsche als geboren werden. Das liegt zum Glück daran, dass die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Und schon deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen. So, jetzt noch die Hymne, die Altwähler im Rentenalter. Bitte Haltung annehmen, Hände aus den Taschen. Auf Erschwanderer 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 aus den Taschen. Der Schöne beginnt in der Deutschland scheint, in der Deutschland scheint. Glück und Frieden, seine Schiene, Deutschland, unser Vaterland. Alle Welt singt sich nach Frieden, weit in Höhe an eurer Art. Wenn der Kinder nicht uns heilt, schau nach Himmels Gottes weit. Musst das Licht des Friedens scheiden, lasst die Beine Futter gehen, wir sind so bereit, wir sind so bereit. Musst das Licht des Friedens scheiden, wir sind so bereit, 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 wir sind so bereit. Wollt ihr das Lied dann nochmal hören und dann machen wir Schluss, ja? Einmal noch, gut, Training, Übung macht den Meister. Wollt ihr es nochmal hören? 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 Wollt ihr es mal hören? Ihr werdet gleich hören, warum. Ich fürchte mich nicht, ohne in der Disposition hier Antwort zu stehen. Ich bitte, nur geben mich dafür zu sorgen, in dieser Kammer sitzt nichts vor der Dästigung. Ich bitte, das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich teste mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich verzeihen um diesen Fehler. Ich liebe doch alle. Ich liebe doch alle. Ich liebe doch alle. Ich liebe doch alle. Ein paar Fragen noch an die jungen Genossen. Peace. Hör euch zu, beantwortet sie. Musik Sag mir, wo die Akten sind. Sag mir, wo die Akten sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Akten sind. Wie sie unterschwimmt, geschwind. Wann wird man die Akten sind. Wann wird man die Akten stehen. Wann wird man die Akten stehen. Sag mir, wo die Akten sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Akten sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Ims sind, in den Parlamenten drin, dann wird man je verstehen, dann wird man je verstehen. Na traurige Teil, sag mir, wo die Toten sind, da mancher war doch noch ein Kind, sag mir, wo die Toten sind, seid ihr mutlich so blind, sag mir, wo die Toten sind. Die Stasi schoss der Garten hin und hin, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag, wer hat erschossen, wie die längst vergessen sind, sag, wer hat erschossen, was ist geschehen. Sagt, wer hat erschossen, was waren Gysys altgenossen, das müsst ihr jetzt verstehen, das müsst ihr jetzt verstehen. Kommt nach Hause, wählt Lange, wählt Gysi, Rehabilisierung der Staatssicherheit, Schießbefehle, vergesst es nicht. Dann gibt es ja noch was, jedes Jahr sterben mehr Deutsche als geboren werden, das liegt zum Glück daran, dass die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen und schon deshalb sind wir auf Zuwanderer. Mann, dann geht er zu seinem zuständigen IM und melde es ihm, Herr Mielke. Deutsche als geboren werden, das liegt zum Glück daran, dass die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen und schon deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen. Dann gibt es ja noch was, jedes Jahr sterben mehr Deutsche als. So Leute, das war's. Zugabe, 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 Zugabe. Zugabe, 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 Zugabe. Also macht's gut, Leute. Tschüssi. Nein, sie muss nicht gesund sein.